Herzlich Willkommen meine Damen und Herren im neuen Anlagejahr 2017. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen, gut reingerutscht und nutzen vielleicht jetzt mal gerade die erste Woche im neuen Jahr, um mal Ihre Portfolios zu sortieren. Ja, der DAX ist ja gar nicht schlecht reingekommen ins neue Jahr. Das heißt, wir sehen dann doch zuerst mal am nächsten Handelstag Kursaufschläge, nachdem wir ja zumindest mal im Jahr 2016 dann doch noch im Dezember einen ordentlichen Schlusspunkt hingelegt haben. 7% ging es da jeweils rauf im Dezember. Das heißt, man hat dann doch noch etwas Performance machen können. Auf jeden Fall mehr, als Sie bei jeder Bank, bei jeder Sparkasse an Rendite gewonnen hätten. Naja, und wenn wir mal auf Langfrist schauen, der Markt, der DAX innerhalb von 5 Jahren sich fast verdoppelt hat. Das heißt also, Sie hätten Ihr Vermögen dementsprechend halt eben auch, wenn Sie in die Werte, wenn Sie in den DAX selber investiert hätten, dementsprechend um mehr als die Hälfte nach oben schreiben können. Also da wäre einiges an Gelde drin gewesen. Und da werden Sie sich natürlich jetzt für dieses Jahr 2017 auch was einfallen lassen müssen. Ja, das Thema Inflation, das drückt, das wird Ihnen beim Sparen sicherlich nicht helfen. Ja, die Nullzinspolitik von EZB-Chef Mario Draghi, die tut ihr Übriges dazu, dass, wie gesagt, Sparen sich de facto nicht lohnt. Und Sie sich eine Alternative für Ihr Geld, für Ihr Vermögen, für Ihren Vermögensaufbau natürlich einfallen lassen müssen. Und da führt fast kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Der ist und der bleibt alternativlos mit der Aktie natürlich als Sachwert. Ja, und was hatten wir letztes Jahr alles für Effekte drin, muss man sagen, mit dem Brexit, womit keiner gerechnet hätte. Mit einem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, Donald Trump, mit dem auch keiner gerechnet hätte. Auch das Italien-Referendum kam relativ überraschend. Aber die Märkte weltweit haben sich dann doch ziemlich robust gezeigt. Vor allem die amerikanischen Werte, weil der Dow Jones kratzt ja jetzt gerade an der Marke von 20.000 Punkten, hat immer wieder neue Allzeithochs erreicht. Genauso wie der S&P 500 oder der Nasdaq Composite. Also die Amerikaner freuen sich, warten jetzt, haben natürlich sehr, sehr viel Hoffnung auf ihren neuen Präsidenten Donald Trump, der ja am 20. Januar sein Amt beginnt. Und ab da zählt ja dann die 100-Tage-Marke, wo man ihn sehr genau beobachten wird. Ja, und da haben wir natürlich die Hoffnung darauf, dass es einen Wirtschaftsboom in den Vereinigten Staaten geben könnte, dass das angekündigte Konjunkturprogramm und vor allen Dingen die geplanten Steuersenkungen dann die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten nochmal ordentlich ankurbeln werden. Das heißt natürlich auch für die Unternehmen, dass man dort mehr Gewinner einfährt, dementsprechend halt eben amerikanische Aktien natürlich jetzt halt eben sicherlich auch mal einen Blick wert sind. Genauso wie die DAX 30 oder wie ich natürlich immer in die zweite Reihe für Sie hineinschaue, in die sogenannten MDAX-Werte. Denn auch der MDAX hat direkt am ersten Handelstag im neuen Jahr eine neue Bestmarke erreicht. Da lagen wir ja im letzten Jahr schon bei über 22.000 Punkten mit einer neuen Rekordmarke. Und direkt am ersten Handelstag im neuen Jahr geht es da weiter rauf. 50 Unternehmen, kleine, feine Aktiengesellschaften, zum Teil Inhaber, Familien geführt mit ordentlicher Dividendenrendite, die natürlich gerade bei einem Langfristhorizont, wie ich es ja Ihnen immer wieder nahe lege, die drei bis mindestens fünf Jahre dementsprechend dann auch Rendite in Ihr Portfolio hineinbringen. Also von daher, wie gesagt, schauen Sie sich jetzt im Jahr 2017 weiterhin mein Klartext-Depot an, lesen Sie meinen Börsenbrief und dann werden Sie halt eben auch sicherlich feststellen, dass Ihr Vermögen natürlich ganz klar steigerungswürdig, aufbauwürdig dementsprechend ist und dass Sie gerade in der Aktienanlage natürlich, natürlich ganz klar natürlich noch mehr Geld verdienen können und das auf eine sehr saubere, eine sehr seriöse Art und Weise und das mit der Aktie als sogenannten Sachwert. Natürlich bleiben da die Familie der Immobilie natürlich inkludiert, muss man sagen, entweder Immobilie oder Sachwertaktie. Ansonsten, wie gesagt, bleibt Ihnen ja nicht viel gut. Sie können natürlich noch ein bisschen Beimischung im Bereich des Goldes nehmen. Gold hat sich ja relativ gut entwickelt, muss man sagen, auf Jahressicht sogar um neun Prozent nach oben gelaufen. Aber Gold ist natürlich auch nur, in Anführungszeichen, ein sicherer Hafen. Spekulieren sollte man da de facto nicht mit. Also von daher, wie gesagt, schenken Sie dem Aktienmarkt Ihr Auge, schenken Sie dem Aktienmarkt Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es um Ihr Vermögen, wenn es um Ihren Vermögensaufbau geht, kommen Sie am Sachwert der Aktie de facto nicht vorbei. Und wir haben es ja wieder mal bewiesen, dieses Jahr und die Jahre davor halt eben auch, Sie machen Rendite am Aktienmarkt. Sie können doch Ihr Geld verdienen mit sicheren, sauberen Aktien. Da muss man nicht allzu weit nach Asien reingucken. Nein, da reicht es schon, wenn man in Deutschland und in Amerika seine Aktien, seine Langläufer, seine Perlen findet. Und damit halt eben ganz klar noch mehr an Vermögen, noch mehr an Performance innerhalb des Vermögens aufzubauen. In diesem Sinne, wie gesagt, bleiben Sie mir auch im Jahr 2017 gewogen. Ich werde natürlich das ganze Jahr lang für Sie da sein. Und das nicht nur in schriftlicher Form, in Videoform. Natürlich werde ich auch auf den Börsentagen, auf der Invest in Stuttgart ganz klar natürlich für Sie da sein. Mit Ihnen sprechen, Vorträge, Seminare halten, das ganze Jahr über, wie Sie es von mir gewohnt sind. Und daher werde ich Ihnen auch im Jahr 2017 treu zur Seite stehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich nochmals ein gutes, ein freundliches, ein performance-trächtiges Jahr 2017. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.